Es ist soweit. Durch den Anstieg des Meeresspiegels sind im Pazifik schon jetzt mindestens acht ganze Inseln verschwunden. Für immer. Der Klimawandel fordert seinen Tribut. Was das für die Menschen dort bedeutet und wie die Zukunft für viele weitere Inseln, aber auch andere küstennahe Gebiete bedeutet, jetzt in Clixoom Science & Fiction. Herzlich willkommen! Forschungsteams weltweit gehen mittlerweile davon aus, dass die Ozeane im globalen Durchschnitt in jedem Jahr drei Millimeter ansteigen. Das klingt wenig, ist aber erheblich. Fest steht auch, dass das nicht erst in Zukunft, sondern bereits heutzutage die Menschheit bedroht und dieses Schicksal den Inselbewohnern nicht nur ihr Zuhause, sondern teilweise auch ihren Leben nimmt. Doch dass das erste Land, die ersten Inseln bereits komplett verschwunden sind, war bisher kaum bekannt und es nimmt immer schlimmere Ausmaße an. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Australien berichten jetzt, dass das Meer schon mindestens acht Inseln im Pazifik vollständig verschluckt hat. Eine absolute Katastrophe. Schon im vergangenen Jahr hatte ein australisches Forschungsteam den Untergang von fünf Inseln der Salomonen, einem Inselstaat in der Südsee festgestellt. Das aktuelle Forschungsergebnis aus Australien sieht diese Entwicklung auch für Mikronesien, einen Inselstaat im westlichen Pazifischen Ozean. In beiden Regionen liegt der Anstieg des Meeresspiegels weit über dem Durchschnitt. Dort wurde nämlich sogar ein jährlicher Anstieg von 1,2 Zentimetern gemessen. Das klingt erstmal wenig, hat aber schlimme Folgen. Drei der verschluckten Inseln hatten für die Bevölkerung in der Region eine große historische Bedeutung, so das Forschungsteam. Aber nicht nur das. Die Bewohner und Bewohnerinnen sind durch diese Entwicklung gezwungen, alles aufzugeben und entweder in höhere Regionen umzusiedeln oder aber ihr Leben an einem anderen Ort komplett neu anzufangen. Und das ist die bittere Realität. Ein aktuelles Projekt auf den Kataret-Inseln in Papua-Neuguinea hat sich genau das zur Aufgabe gemacht. Die komplette Bevölkerung wird auf eine höher gelegene Insel etwa 90 Kilometer entfernt von der eigentlichen Heimat umgesiedelt. Eine wirklich traurige Entwicklung. Die Menschen stehen vor existenzbedrohenden Fragen wie, was passiert mit uns und unserer Heimat? Wo können wir hin? Wie können wir überleben? Was passiert mit unserer Kultur? Werden wir jetzt Teil eines anderen Staates und werden wir dort akzeptiert, so wie wir sind. Das Forschungsteam aus Australien hat auch analysiert, welche Umweltbedingungen Inseln zumindest eine Zeit lang vor dem ansteigenden Meeresspiegel schützen. Dafür haben sie Satellitenaufnahmen analysiert und mit vielen Inselbewohnern gesprochen. Daraus leiten sie ab, dass beispielsweise Mangrovenwälder zumindest kurzzeitig einen gewissen Schutz bieten. So beispielsweise bei der Insel Pohnpei, die von einem Mangrovenwald umgeben ist und eine vergleichsweise geringe Küstenerosion aufweist. Auch Inseln im eher windgeschützten Westen leiden weniger unter dem Anstieg des Meeresspiegels. Dennoch sieht die Zukunft für die Inseln im Pazifischen Ozean nicht gut aus. Sechs weitere Inseln dieser Inselketten sind ebenfalls kurz davor, vom Meer verschluckt zu werden, so die traurige Bilanz des Forschungsteams. Glück im Umblick, dass diese zumindest unbewohnt sind und kein Menschenleben direkter Gefahr ausgesetzt ist. Aber auch anderen kleinen Inselstaaten wie den Marshallinseln und den Bewohnern der Malediven beispielsweise droht dieses katastrophale Szenario. Und die Erosion der Küsten ist nur ein Problem von vielen. Das Meerwasser vergiftet ja auch das Ackerland und nimmt den Menschen ihre Nahrungsgrundlage an. An den betroffenen Orten wachsen oft nicht mal mehr Kokospalmen. So salzig ist das Grundwasser. Nicht umsonst gibt es die sogenannte Allianz kleiner Inselstaaten. Ein Zusammenschluss von rund 40 Inseln und Küsten. Nationen, die in ihrer Existenz bedroht sind. Auch Orte, an denen wir gerne Urlaub machen, sind dabei. Zum Beispiel die Dominikanische Republik Kuba, die Seychellen oder die Fidschi-Inseln. Und wenn wir ehrlich sind, müssen genau diese Regionen schon jetzt oder aber in naher Zukunft mit den Folgen zurechtkommen, die Staaten wie China, Australien, USA oder auch Europa durch ihren unglaublichen CO2-Ausstoß zu verantworten haben. Denn das ist sicher. Der Anstieg des Meeresspiegels hängt mit der globalen Entwärmung, dem Klimawandel zusammen. Und der ist menschengemacht. Es gibt Studien, die prognostizieren, dass im Jahr 2100 ein Fünftel der Weltbevölkerung Klimaflüchtlinge sind. Überflutete Küstenregionen sorgen diesem Szenario nach für eine Massenflucht ins Landesinnere, in dem dann nutzbare Flächen viel zu knapp werden. Und das alles hätten wir dann zu verantworten. Wieder ein wichtiges Argument dafür, dass es allerhöchste Zeit ist, endlich unsere Treibhausemissionen einzudämmen. Denn das ist wohl immer noch die beste Versicherung gegen den Klimawandel und den Anstieg des Meeresspiegels. Hier bei Clixoom halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Wenn ihr kein Video zum Thema Klimawandel und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den auf die Glocke. Aber hier geht es weiter mit Klimawandel bewiesen, Skeptiker endgültig widerlegt. Da geht es um die erdrückenden Beweise für den menschengemachten Klimawandel. Es gibt keinen einzigen Grund mehr zu zweifeln. In diesem Sinne, bis dann! Bleibt dran!